Phoenix Nachgefragt mit Valerie Höhne in der Hauptstadtredaktion des Tagesspiegel in Berlin. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Ja, wir kommen da durch, solidarisch durch den Winter. Das ist so ein bisschen die Symbolik hinter der konzertierten Aktion. Was erwarten Sie sich von dem Treffen heute? Ehrlicherweise, ich kann da noch gar nicht vorgreifen, weil wie gerade im Beitrag auch gesagt wurde, es gibt irgendwie verschiedene Modelle und es gibt so viel, was da total unklar ist. Soll es zum Beispiel um die Tarifrunden gehen? Soll die Inflation in der Tarifrunde tatsächlich abgebildet werden? Das ist eine Frage, finde ich, die ich mir stelle und ich frage mich auch, wie das zusammenpasst. Weil auf der einen Seite hat man eben die Unternehmen, die von den Energiepreisen extrem gebeutelt sind. Auf der anderen Seite die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die natürlich auch gebeutelt sind von den Energiepreisen, von der Inflation. Und diese beiden Akteure sollen jetzt zusammenfinden und durch diesen Winter kommen. Ich glaube, eine Sache, die dabei wichtig ist, ist, ohne Verluste wird es nicht gehen und ohne Zumutungen in beide Richtungen. Also sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen in dieser Zeit, werden Abstriche hinnehmen müssen. Das, glaube ich, ist zu erwarten. Das, was man gehört hat, aus allen Richtungen, ist dann eben der Ruf nach der Politik, nach politischen Maßnahmen. Eben im Beitrag ist es angeklungen, ein Vorschlag, da ging es um die Umverteilung letztlich von Geldern. Bedeutet das dann doch wieder so etwas wie eine Übergewinnsteuer oder Zufallsgewinnsteuer? Naja, also was sie ja planen, ist, dass Zufallsgewinne abgeschöpft werden. Das sei keine Steuer, da hat Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP darauf beharrt, sondern es sei eine Abschöpfung, die eben im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Das ist ja auch das, was wir von der EU gestern gehört haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ebenfalls eine Abschöpfung der Gewinne in Aussicht gestellt. Das soll auch unheimlich schnell gehen und natürlich würde das, könnte das einen preisdämpfenden Effekt haben, wenn man das dann umverteilt, wie die Regierung es ja auch vorhat. Von daher kann man nur hoffen, dass sie da möglichst schnell Regelungen finden. Die Frage ist aber, ob das zum Beispiel bereits bis Ende des Jahres überhaupt vorstellbar ist, dass sich das tatsächlich in konkrete Politik übersetzen lässt. Denn es ist unheimlich kompliziert, unheimlich schwierig. Das haben wir ja schon bei der Gasumlage gesehen, dass es eben diese Märkte vorauszusagen, diese Märkte zu sehen, welche Implikationen eine solche Abschöpfung hat, sind unheimlich schwer zu sehen und handwerklich politisch gut zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Bundesregierung da vorschlagen wird. Gehen wir nochmal auf ein anderes Thema. Eins dieser Maßnahmen aus dem Sommer war ja das 9-Euro-Ticket, war sehr beliebt. Es gab auch Studien, hatte einen guten Effekt gehabt. Heute gibt es einen Schienengipfel, auch mit dem zuständigen Minister Volker Wissing. Da wollen wir jetzt vorab mal kurz drauf schauen, Frau Höhne, bevor wir beide gleich weitergehen. Denn also Bahntickets teurer, Fragezeichen, ist das der richtige Weg? Ja, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Denn wir stehen bei allen akuten Krisen ja auch noch vor der Klimakrise. Und natürlich ist die Bahn ein unheimlich wichtiger Akteur in dieser Verkehrswende, hin zu weniger CO2 auf unseren Straßen im Verkehrssektor. Von daher kann das nicht der richtige Weg sein, dass die Preise für Tickets jetzt nochmal erhöht werden. Wobei man natürlich die wirtschaftlichen Zwänge der Bahn auch sehen muss. Also da muss die Politik tatsächlich eine Lösung finden. Es ist eben gerade unheimlich schwer. Volker Wissing ist ja heute dabei bei dem Schienengipfel, der zuständige Minister für Verkehr und Digitales. Man hatte sich ja schon darauf geeinigt, es soll einen Nachfolger geben für das 9-Euro-Ticket. Aber wie genau der dann aussehen würde, der Nachfolger, wie teuer es sein würde, das hat man sich noch offen gelassen. Erwarten Sie, dass es da heute bei diesem Schienengipfel von ihm Aussagen geben wird, in diese Richtung? Zumindest im Hinblick auf mögliche Verteuerungen von Tickets? Also ich erwarte nicht, dass er jetzt nochmal groß einsteigt in die 9-Euro-Ticket-Debatte. Denn er hat ja gesagt, dass der Bund 1,5 Milliarden Euro investieren würde. Der Rest müsste von den Ländern kommen. Es gibt ja diesen Korridor, 29 bis 49 Euro, circa oder 59 Euro soll es kosten. Das sind natürlich keine 9 Euro. Das ist einfach, das ist eine viel höhere Belastung für die Haushalte, für die Privatmenschen. Deswegen ist das, das finde ich so ein bisschen, es ist schwierig, das wirklich als Nachfolger des 9-Euro-Tickets zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss Volker Wissing dieses Jahr im Haushalt auch mit einer Milliarde weniger Euro auskommen. Das liegt nun mal daran, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, die Schuldenbremse einzuhalten, was zur Inflationsbekämpfung ja wohl auch sinnvoll ist, laut Experten. Also es ist eine wirklich schwierige Gemengelage, in der Volker Wissing sich da auch befindet, in der die gesamte Republik sich befindet. Ich möchte da aber nochmal dranbleiben. Klar, wir haben, das zieht sich durch wie ein Leitthema. Wir haben überall diese Gemengelage, erhöhte Kosten und gleichzeitig teurere Preise. Aber jetzt ist dieses 9-Euro-Ticket oder wie auch immer man es dann nennen mag, ja erwiesenermaßen ein Erfolgsmodell. Und es geht ja auch darum, das haben wir auch schon öfter gehört, kurzfristig die Menschen zu entlasten. Denn alle Maßnahmen, die im Moment angegangen werden, Steuersparnisse, die wirken sich erst mittelfristig dann aus. Wäre es nicht eine gute Möglichkeit, eine vergünstigte Mobilitätsmöglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die dann eben auch sofort im kommenden Winter zum Beispiel das teure Auto stehen lassen könnten, um damit zur Arbeit zu fahren? Es geht ja nicht um einen Urlaub auf Sylt. Absolut, also das sehe ich genauso. Natürlich wäre das ein großartiges Zeichen auch an die Bevölkerung. Wir sehen euch, das wirkt natürlich in die Breite der Bevölkerung. Das ist keine zielgerichtete Maßnahme. Das muss man auch nochmal sehen. Aber klar, das wäre ein gutes Zeichen. Das wäre für das Klima ein gutes Zeichen. Das wäre andererseits aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich ein Anreiz, das Auto stehen zu lassen. Natürlich gerade in Zeiten steigender Benzinpreise. Also an sich wäre es sehr, sehr wünschenswert, dass da schnell ein wirklich ein Ticket, ein Nachfolgemodell gefunden wird, das auch bezahlbar ist. Was wäre für Sie bezahlbar, Frau Höhne? Für mich bezahlbar. Das ist eine gute Frage. Ich finde, 29 Euro wäre tatsächlich für mich die absolute Grenze. Ich hatte gestern mal überlegt, dass man vielleicht ein 18-Euro-Ticket einführen könnte. Das fände ich noch vertretbar. Aber 29 Euro fände ich tatsächlich die absolute Höchstgrenze. Wie sehen Sie es denn? Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich bin da bei Ihnen in der Nähe auf jeden Fall. Danke, Valerie Höhne. Schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße nach Berlin.